die so gelitten haben die können das echt trotzdem sehr gut so was muss ich hier machen das sieht schon sehr gesund aus ja natürlich stirbt er kann gar nicht den kann ich gar nicht umbringen natürlich nicht warum sollte ich ihn noch umbringen wollen der wandsprung war scheiße ich muss dazu mal sagen Wandsprung kenne ich bei Mario nicht also ich habe bis Super Mario World habe ich gezockt aber das für Wii U habe ich noch nie gezockt also das Spiel also das ich kenne das nicht ich kenne das nur von Mario Maker also ich kenne das nicht wirklich deswegen kann ich mich damit nicht so dermaßen identifizieren und ich kenne auch manche Moves manche Moves kenne ich auch nicht ich meine dass man sich so drehen kann weiß ich spring nochmal nein du willst mich doch verarschen ja ja und junge und Mario number one so ja jetzt kann zuschauen ja aber schade ist nicht sehr schade ach man machen wir mal weiter so Part 4 also Level 4 98 Marius haben wir noch was haben wir denn da ja läuft bei dir läuft bei dir einfach tschüss Leute ich war so gelitten gerade was war das für ein Level bitte ich möchte mir gerade ich möchte ich möchte mir gerade ein Facepollen verpassen und mich selber fragen was zur Hölle hat er da gemacht was ist denn das für ein Level Alter meine Level werden gelöscht aber sowas sowas gehört gelöscht nicht meine Level was ist denn das Alter Junge vor allem sowas wird in der 100 Mario Challenge aufgenommen was zur Hölle Mann das geht doch nicht mach doch mal ordentliche Level Jungs das geht doch nicht so unfassbar so oh klingt nach Automatik Level ich weiß es nicht Herausforderung 5 und 10 nein ich weiß es nicht ähm wir gehen erstmal in die ich gehe erstmal in die Pause Screen und dann werde ich nochmal auf Toilette gehen Auf Toilette hö 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 und äh ja ja bis gleich Leute tschau bis gleich ja machen wir einfach mal weiter ähm äh ja ah warte nein 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 ich mache einen neuen Start ja weil ich weiß dass es ich habe das gefühl dass das ein automatik level ist ich mache jetzt gar nichts ja gefühl war richtig ich zeige euch das gamepad ist ein automatik level so kann man eigentlich auch mal sehen dass der so einen kleinen delay hat was ich muss trotzdem noch was machen oder auch krass wusste ich gar nicht ich musste nutzen zum level ende gehen ich musste nur zum level ende gehen okay da wollte man da wollte man euch das nur zeigen dass das auch so dass das ein automatik level ist wehste und dann kriegt man auch's maul wir haben schon einiges geschafft du kärle 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 ich habe da das weise gehabt ich habe ja du wirst noch verarschen crl krl kärle 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 spiel board gespielt hat dann kennt ihr keller ich weiß nicht ob das damit was zu tun hat ob das mit dem spiel was zu tun hat das weiß ich nicht alter weg geballert du willst du willst was machen die denn für ein level alter was machen die denn für level diesen das sind so eine billung level alter dass das geht nicht wie dämlich ist das denn bitte boah da muss ich auch mal trinken hier ganz ehrlich alter das geht nicht also manchmal denkt man sich wirklich weißt du mein rammstein musik level wurde gelöscht auch andere level wurden gelöscht von mir was gar keinen grund hat solche level sollte man löschen solche gerade solche und die wählen sie aus für die 100 mario challenge was zur hölle was zur hölle da kann ich sogar selber bessere level machen ganz ehrlich gott was was muss ich hier hoch alles dass sie sich alle das mit der röhre sieht mega scheiße aus muss ich ehrlich mal sagen da hätte man drunter was machen sollen das sieht mega scheiße aus das geht wenigstens noch hier wie oder dass das ist das wäre was für ein stream ich bin ja gerade aber kann er mal da da würde ich sagen da würde soll er durch die tür gehen oder soll ich denn übers gras also über die dings gehen hier über die ich wollte mich festhalten du vollidiot mann alter legt mich doch im sack hier das kann doch nicht wahr sein was nein ich stelle mich nicht blöd an nein alter wo kommt der denn jetzt her verdammt meine arme nach meine armen nachbarn ach da kann ich auch noch rein das ist ein secret raum dass wir ja geil das ist ja geil und jetzt werde ich gleich wieder gefoltert du willst mich doch verarschen was ich habe ein rekord aufgestellt nein oh wie geil aber trotzdem du willst mich doch verarschen junge du willst mich doch verarschen du reißt Junge 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 Du machst ein Level ne du hast das Level gemacht und ich frau mich wie ich da noch durchgekommen bin aber Alter ist das dein Ernst ist das dein ist das dein Ernst mach doch mal bessere mach doch mal ein besseres Level Junge wenn ich schon rekord wenn ich schon rekord aufstelle meine Fresse ich bin Deutscher du bist Japaner Junge du bist Japaner Alter du musstest ein rekord aufstellen nicht ich Boah Alter was zur Hölle Entschuldigung ich Alter Alter nee Alter ich kann halt mich Alter ich kann halt mich das da komme ich nicht drauf klar gerade Entschuldigung immer Alter du bist ich kann mich das der dein hat der der die ist die das 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 der NINTENDO! Ich pack mal das Gamepad weg. NINTENDO! Was habt ihr für ein Problem? Meine Level löscht ihr, ne? Meine Level löscht ihr. Naja. Meine Level löscht ihr. Warum zur Hölle löscht ihr das nicht? Warum? Hä? Warum? Boah! Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Warum löscht ihr die Level nicht? Hä? Warum löscht ihr deren Level nicht? Das Level, was ich eben gespielt habe. Das könnt ihr löschen. Das ist doch langweilig. Ich habe so viele lange... Ganz ehrlich. Guckt mein Let's Play. Oder guckt das auf YouTube, den Livestream. Alter. Ich habe da so viele langweilige Level gehabt. Die könnt ihr mal löschen. Und doch nicht meine. Mann. Boah. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn das? Nintendo. Guckt euch mal... Guckt doch mal an, was ihr da hochladet. Und was ihr favorisiert. Wo ihr 100 Mario Challenge draus machen könnt. Meine Fresse. Das kann doch nicht wahr sein. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Das rauszufiltern. Ganz ehrlich. Boah. Alter, da geht mir der Hut hoch. Ganz ehrlich. Da geht mir wirklich der Hut hoch. Alter. Auch wenn ich keinen Hut... Auch wenn ich keinen Hut habe. Und keinen Hut auf habe. Aber... Alter, da geht mir der Hut hoch. Ganz ehrlich. Was ist denn das? Boah. Alter. Meine Fresse. Bietet mir wenigstens jetzt wieder ein ordentliches Level. Pilz. Ja, dankeschön. Boah. What the fuck. Da schwebe ich elegant rüber. Hier ist nichts. Oh. Ich mag das. Ich mag das immer, in neuem Design. Ich mag das. Weil ich muss das Neue ja auch immer kennenlernen. Ich muss das Neue hier kennenlernen. Ah. Oh. Leck mich. Leck mich. No, 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 no. Ich wollte mit der... Ich wollte mit der versch... Ich wollte mit der versch... Ich wollte mit der verschissenen Wolke einfach weiter. Ahhh. Gott. Bam. Ich wollte mit der verschissenen Wolke einfach weiter. Nein. Oh Mann. Weißt du, ich sehe es noch. Ich sehe es noch. Aber ich mache es nicht. Jetzt habe ich einen Pilz. So, jetzt renne ich zurück. Ist egal. Drauf. Scheiß drauf. Ich gehe in die Wolke und dann... mache ich mal meinen Weg hier. Scheiß drauf. Warte mal. Nein, 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 nein. Ja, ich muss trotzdem noch weiter laufen. Oh, Alter, hatte ich Glück. Alter, hatte ich Glück gerade. Yeah, Mann. Second try. Second try, Jungs. Geil. Geil einfach nur. So. Yay. Ich finde immer noch geil, wie das so abschließt einfach. Wie das hier einfach so abschließt einfach. Hier, so. Ich finde das einfach nur geil. So. Aber das war... Das war vergleichsweise mal wieder ein geiles Level. Vergleichsweise war das wieder ein geiles Level. Muss ich mal so zugeben. Ähm. Ach, du Scheiße. Was? Hä? Achso. Ja. Da muss man sich drauf vorbereiten. Hm. Ja. Ich mache auch mal Pause. Ich bereite mich drauf vor. Ich will glaube ich auch mal gleich an der Rauchen. Ich gehe das Gamepad mal weg. Und dann werde ich gleich mal eine Rauchen. Hm. Ich gehe mal in den Talk. Nee. Alter. Mein... Na gut. So, jetzt geht mal in den Talk. So. So, da bin ich... Da bin ich wieder und... Oh. Warte mal. Oh. Oh. Entschuldigung, dass ich... Ich muss so rüber. Ja. Oh. Mario Maker Zocken ist sehr geil. Das ist schon... Ja, hat schon was. Ich gucke mal auf Facebook gerade. Noch. Was? Alter 6. Was zu hören. Was? Bei den stillen West. Ach so. Ja gut. Ich mache mir nochmal eine Zigi und dann... Oh. Aber manche Level, die haben mich schon sehr enttäuscht. Also... Die haben mich wirklich sehr enttäuscht. Also... Wo sind die geilen Level, Alter? Sucht sich das Nintendo nicht raus? Für die 100 Mario Challenge? Oder... Was machen die denn? Das ist doch die 100 Mario Challenge. Da... Da wird doch... Ich meine, ja. Es wird was rausgesucht, aber... Alter. Was machen die denn da? Mal ganz ehrlich. Mal ganz ehrlich. Was machen die denn da? Diese Level, die ich... Die ich gespielt habe. Ich habe keinen Skill. Ich habe überhaupt keinen Skill. Aber... Manche Level habe ich in Second Try geschafft. Oder sogar in First Try. Weil... Weil die einfach so bescheuert waren. Und so was mag ich einfach nicht. Ich wollte euch was bieten im Livestream. Und dann... Und dann kommen die mir mit sowas, Alter. Das... Alter. Das... Das... Boah. Da komme ich überhaupt nicht drauf klar gerade. Das... Da muss ich auch rauchen. Moment. Ich muss mal kurz husten. Entschuldigung. So. Nee, aber das... Alter. Alter, das ist... Bei manchen Level kann man nur facepallen. Das... Oh. Mann, ich berühre da unten mein Mikrofon. Entschuldigung dafür. Aber wie... Aber wie bescheuert ist das denn bitte? Wie bescheuert ist denn das? Wie bescheuert ist denn das? Mann, die... Die machen Level... Die sind bescheuert als... Die sind bescheuert als meine... Als meine Level. Die ich bei Mario Maker gemacht habe. Die sind wirklich viel bescheuerter. Und die... Und die werden in der 100 Mario Challenge aufgenommen. Warum? Warum? Nintendo soll sich da... Nintendo soll sich da nochmal ransetzen, Mensch. Die sollen mal überlegen. Mensch, was... Was kannst du denn da hochladen in der 100 Mario Challenge? Bei... In der Schwierigkeit normal. Hä? Das kann es doch nicht sein. Ganz ehrlich nicht. Alter. Das... Das... Das ist doch nicht normal, ey. Vor allem Automatik-Level kann ich ja auch verstehen. Ähm... In der 100 Mario Challenge auf leicht. Aber nicht auf schwer. Nicht auf schwer. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich nicht. Alter. Ne. Das nicht. Das definitiv nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Da kann man sich nur aufregen. Ganz ehrlich. Entschuldigung, dass ich mich aufrege, aber... Es ist... Es ist... Ich sag nur das... Ich sag das nur so, wie es ist. Es ist die 100 Mario Challenge. Es ist die 100 Mario Challenge. Da müssen... Da müssen... Da muss... Entschuldigung. Da muss Nintendo auch das raussuchen, was auf normal ist. Da muss Nintendo raussuchen, was auch auf normal ist. Und nicht anders, weil das... Was ist denn das? Das ist doch... Ich... Das ist doch blöd. Das ist behindert, sowas. Wenn ich das schon fast im... Fast im Fürst 2 schaffe. Auf normal. Was... Hä? 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 Ich habe überhaupt keinen Skill. Das hat man ja... Das sieht man ja am... Donkey Kong Country Let's Play. Aber... Alter... Da muss doch irgendwas mit bei sein, Mann. Da muss Pfeffer hinter sein, Mensch. Mann, das geht nicht. So. Jetzt mache ich mal weiter. Ähm. Ähm. Wo ist es? Ich gehe mal auf... Ähm. Warte mal, ich muss das mal hier... Ich gehe mal auf den Tenten. Oh, genau. So. Da sind wir wieder. Und... Ähm. Machen wir mal weiter. So. Was ist das denn jetzt hier? Ein Ster... Ach ja, da kann man Sterne grabben. Ja, das ist natürlich... Ja, gut. Ja, ich habe die Sterne vorher gesehen. Ich hätte da vorher einen grabben können. Ja, ich verstehe das. Wie... Alter. Wie bin ich da... Wie bin ich da bitte schon der Pflanze ausgewichen? Nein, den Stern, den Stern, den Stern. Nein, 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 nein. Oh, Mann, ich... Oh, Mann, ich... Ich wollte den Stern haben. Ich wollte den Stern haben, einfach nur. Oh. Oh. Oh, oh, oh. What the fuck? Nein. Nein. Ja, 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 ja. 96. Oh, no. Ja, das würde ich auch sagen. Alter, es ist ja... Ich schaff's immer... Du willst mich doch verarschen. Ja, jetzt weiß ich, was ich machen muss. Ich muss einfach nur stehen bleiben, okay? Wow! Ich wollte springen, verdammt noch mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich wollte springen. Jungi, was machst du da? So, Stern, Stern, wo ist er? Stern! Ich hab den Stern gekriegt, aber bin... Fail Part. Oh, Mann! Warum? Ach so... Ach so. Oh! Alter, das kann doch nicht... Ich hab das schon mal geschafft. Ich hab das... Es ist 22 Uhr, ich muss aufpassen. Ich... Nein! Ich hab's... Ich hab's... Es ist 22 Uhr, ich muss aufpassen. Ich, äh... Es ist... Es ist... Nein, oh! Oh, Alter! Warte mal. Ja, 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 weil ich die Kamera verschieben musste, das... Alter, ich könnte... Alter, das ist... Leck mich doch am... Leck mich doch am... Du willst mich doch verarschen! Ernsthaft? Ist das dein Ernst? Ist das echt dein Ernst? Alter, nee, verarschen will ich mich nicht gelassen. Nö, nö. Nee, das ist mir zu blöd. Was ist denn das? Hardest... Einmal versuch ich's noch. Wieso? Was? Alter, du willst mich doch ver... Was soll man denn da machen? What the fuck? Du willst mich doch verarschen, Junge. Ich hab's schon kapiert, dass man auf die Kanonen springt. Mooooooooh! Alter... Ich weiß schon, wie man das machen muss. Aber... Das ist krank. Sehr krank. So. Mal Pause, ich muss... Alter... Da muss... Alter, ich... Da muss man Kaffee trinken. Hm... Hm... Komm schon. Ja... Ja... Was ist denn hier? Was ist denn hier? Muss ich hier... Muss ich hier hin? Ernsthaft? Ich hab das nur so... Ich hab das gerade nur so gemacht. Keine Ahnung. Scheiß... Scheiß... Egal drauf. Scheiß drauf. Alter, was ist denn das hier? Ah, das ist ein Bob-Ommen. Ach! Neue Elemente! Ähm... Was? What the fuck? Ja, natürlich. Ja, alter. Ja, natürlich. Nein. Ah, das ist schon gut gemacht hier. Oh, alter. Ich mach das hier mit dir. Nein, 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 nein. Oh, alter. Das ist schon geil gemacht. Alter, wie ich gerade überhaupt nicht getroffen wurde. Hä? Riesen, Riesenbrowser und Was? Riesenbrowser und normaler Bowser? ernsthaft alter was ich überhaupt nicht getroffen werde gerade ne what the fuck alter du wirst du verarschen du willst mit der verarschen ja natürlich du willst mit doch verarschen junge du willst mit doch verarschen und der eine ist tot kann man das eigentlich alter alter wenn ich das mikro berühre entschuldigung aber also das sind richtig geile idee das ist eine richtig geile idee gerade alter dann ist ja ich habe ihn besiegt alter das war krass das war echt krass dass ich das überlebt hab das war schon schwieriger also dem gebio den gebio man stehen weil das war geil hardest level ever supermax hast du gut gemacht den gebio man stehen hast du echt gut gemacht weiter geht's so entschuldigung ich schuldung dings war drin na gut ich wäre erst mal in den tor gehen nicht ich will erst mal die null weil ich eine null bin denn ich bin eine null so und ich werde mal probierte gehen und dann melde ich mich gleich wieder bis gleich so da bin ich wieder ich werde gleich mal eine pause machen ich mache eine pause mal zwischendurch eine raucher pause und da bin ich ich muss immer die kamera drehen das ist ein bisschen blöd aber gut so sieht man das denn ich habe ich facebook noch da ja ich glaube ja ich habe es noch facebook habe ich ich schlingel habe es nicht ausgemacht so ich will erst mal rauchen entschuldigung dafür raucher müssen halt an meine rauchen das ist vor allem bei den komischen scheiß kack level manchmal da muss man hat eine rauchen weil um darauf klar zu kommen einfach weil die sind so beschissen einfach manchmal da könnte ich da könnte ich mir wirklich nur da könnte ich mir nur diese packung schnappen diese hülsen packung und dann könnte ich die einfach nur vor wut einfach nur einfach nur so klein wie möglich machen hier hinter hinter einen weg ja ja so geht das ach man so wäre so eine rauch höhen und ich muss mal kurz die facecam ein bisschen erschieben weil ich was sehen weil ich was sehen ich kann ja jetzt ein bisschen schreien aufwesend ich kann ja jetzt ein bisschen schreien aufwesend mal eine kleine pause machen von dings ist auch sehr schön also Mario Maker das na gut bei den letzten leveln das das hat er das hat eher das hat eher Genen bei mir verursacht na gut das eine level das war geil das darf ich sogar einen Stern hinterlassen das war geil aber die anderen ne ne na also ne das äh muss nicht sein so ne so ne leichten level äh also ganz ehrlich so ne leichten level das das muss nicht sein ganz ehrlich nicht das das ist mir zu krank ne 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 es ist mir einfach zu krank einfach nur das das sind keine level für mich die die alle die die hätte ich das das hätte ich blind machen können einfach warte mal ich muss gerade mal boah das ist einfach so ne so ne sache einfach das ist so so